Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Harvesten und Deine Tierparate Let's Plays. Ich bin Rekka Lin, ihr schaut wie bei Games4U. Oh, bisschen müde bin ich schon. Genau, jetzt haben wir eigentlich fast alles gemacht, was wir machen wollten oder konnten. Ich glaube wir wollten jetzt noch in die Stadt gehen, oder? Ja, müssen wir noch einen Ring verschenken. Ist doch was. Ist da noch eine Aufgabe für uns übrig. Genau, hier haben wir uns drum gekümmert, dass wir mal weggepackt gehabt, das war alles in Ordnung. Genau, wir verschenken natürlich hier noch locker flockig den Ring. Hoffe ich ist die schon draußen, ey, bei der Uhrzeit. 7 Uhr. Keine Ahnung. Ich bin mal echt gespannt. Im Moment sieht es ein bisschen schlecht um den Xbox One Start aus bei uns. Weil nämlich Da eventuell eine Woche später angeliefert werden könnte. Könnte, sage ich dazu bewusst. Draußen ist ja noch nett. Vielleicht erst so ab 8 Uhr oder so. Ja, scheint da irgendwie wohl Lieferprobleme zu geben. Aussagen sind widersprüchig. Wenn man bei der Xbox One guckt, wo ich sie bestellt habe, heißt lieferbar bis Weihnachten. In meiner eigenen Übersicht war es lieferbar innerhalb 3 Wochen. Und 3 Wochen sind definitiv mal nicht der 22. Und dann habe ich jetzt gestern nochmal umbestellt. In der Hoffnung, dass ich dann doch noch eine bekomme. Weil die war früher lieferbar. War auch das teurere Bundle. Insgesamt, was ist dabei? Forza gewesen und noch ein zweiter Joystick. Zum Beispiel Joystick, warum sag ich. Joystick-Controller natürlich. Ähm. Gehen nochmal raus und lassen die Stadt nochmal neu laden, glaube ich. Vielleicht legt das damit zusammen. Dass sie nicht draußen ist. Ja, wäre ein bisschen ärgerlich, finde ich persönlich. Oder für uns zumindest. Wenn es nicht richtig klappen würde. Aber dafür kommt nächste Woche Assassin's Creed für die Playstation 4. Was keinen Sinn macht. Aber was soll's. Was soll jetzt eine halbe Stunde gedauert, hier rein raus zu gehen? Es gibt's doch gar nicht. Also in-Game-Stunden. Kauft ihr euch eigentlich eine Version oder eine neue Konsole? Jetzt im November PS4 oder Xbox One? Würde mich generell mal interessieren. Und wann habt ihr die vorbestellt? Bei der PC habe ich überhaupt gar keine Sorgen. Da habe ich rechtzeitig vorbestellt. Nur die Xbox One habe ich mich so kurzfristig entschieden, ehrlich gesagt. Könnte vielleicht ein Fehler gewesen sein. Aber was soll's. Was soll's. Meierkack ist geschlossen. Sonst sind wir offen. Das hängt wahrscheinlich mit dem Regen zusammen, dass sie da jetzt nicht draußen ist. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Das heißt, du wirst du heute warten. Und bis nach 16 Uhr die Bar aufmacht. Also den Ingame-Tag jetzt. Gucken, wie könnten wir den denn jetzt sinnvoll verbringen? Ich denke, wir sollten... Oh, halt, Moment, Moment. Hier gibt's doch auch eine Mine ganz in der Nähe. Wir gehen mal in diese Wassermine. Ich hab nämlich die Hoffnung, dass dort mehr Edelsteine zu finden sind. Da war doch was mit Wassermine und so. Wenn ich's im Hinterkopf richtig habe. So, hier irgendwie hoch, oder was? Oder wie ist das? Genau. Irgendwie noch hoch, oder so? Da muss doch irgendwie dieser Weg sein. Oder das da ist das. Das da. Wie kommen wir da rüber? Hallo? Genau, genau. Da ist doch die Tür. Perfekt. Super. Doch noch gefunden. Wäre ein Witz gewesen, wenn's dieser nicht gefunden worden wäre von mir. Genau, und hier müssten wir jetzt runter, wenn ich das richtig deute. Genau, perfekt. Dann klopfen wir mal. Gifst Gas, sehr lecker. Oh yeah, blau. Das ist schon mal was. Hier gibt's nämlich, glaube ich, mehr Edelsteine. Absteigen. Und es geht vor allen Dingen nach unten. Denn je tiefer man kommt, weiß man ja, desto eher findet man Sachen. Man muss halt in die richtigen Schichten vordringen. Oh yeah, was ist das also? Wollen wir zwar gar nicht so viel von, wie wir hier haben, aber was soll's. Musik hier finde ich auch ganz gut, muss ich sagen. Das ist schon nicht schlecht. Was ist das denn für ein Steinchen? Lila Edelstein noch nie gesehen. Komm, hier, klopfe alle weg. Die Globos hier, perfekt. Nochmal runter. Okay, er geht nicht weiter, aber hier wahrscheinlich. Sollen wir da? Ist das Silber? Nee, Eisenerz. Oh, hier, das sieht doch gut aus. Ich find's ganz schön frech, dass man den Schmieden da wirklich dann noch die eigenen Rohstoffe bringen muss. Also im Sinne von Schmuckherstellung. Die eigenen Rohstoffe bringen muss. Find ich ein bisschen affig, ehrlich gesagt. Oh shit, du bist jetzt hochgefallen, du hast. Ebene 6 wieder. Ja, war ja klar. Das ist halt hier ein bisschen ärgerlich in der Höhle, dass du hier wieder hochgefeuert wirst. So, meiner Meinung, habe ich ihm ordentlich einen verpasst. Er sieht's anders. Das war ihm gegönnt, die Meinung. Gubbel die Gubbel. Stein ist für's Zuhause. Ach, ich guck mal gar nicht durch, okay. Weiter runter. Ah, das sieht doch gut besser aus. Ich wollte schon fast nicht sagen. So. Bin mal jetzt gespannt. Vor allen Dingen, endes von der Woche kommen ja die ganzen PS4-Reviews aus Amerika rein. Weil die ja am Freitag schon launcht. Das heißt, man kann jetzt schon einen kleinen Einblick zumindest gewinnen. Vor allen Dingen ist es auch immer ganz interessant, wie dann die deutsche Presse was bewertet. Das ist für mich sehr, sehr spannend, das Thema. Weil doch irgendwie aus irgendwelchen Gründen sich die Wertungen teilweise massiv unterscheiden. Jetzt nicht unbedingt nur aus deutscher Sicht und amerikanischer Sicht. Sondern auch ganz einfach unter den einzelnen Seiten und Magazinen. Und das finde ich ein bisschen seltsam, weil der Punkt ist nämlich der, wenn die objektiv bewerten würden, anhand Technik und dergleichen, dann dürfte das ja eigentlich gar nicht so massiv dann teilweise ausfallen. Von daher ist es halt auch immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, welcher Seite man sein Vertrauen schenkt. Ich muss sagen, da bin ich aber auch mit den deutschen Medien nicht so wahren. Das ist halt auch so ein Punkt. Man hat viele Game-Journalisten, die eigentlich ja gar keine Journalisten sind, sondern eben auch nur Gamer, die dann, keine Ahnung, weiß ich nicht, die verzapfen halt Sachen, die ich nicht so befürworten kann. Aus meiner Sicht. Natürlich ist das natürlich dann wiederum auch deren Sicht, aus der sie Sachen verzapfen. Ah scheiße. Doch noch Kacke aufgesammelt. Krankheitsgas, danke. Du hast dich, ach ja, lecker. Das ist natürlich super. Sebastian, gehen wir lieber hier raus und gucken, dass wir uns da jetzt noch nochmal Medizin organisieren. Das ist ja super geil gelaufen, kann ich dazu nur sagen. Was, in der Wasserhöhle bist du krank? Tolle Wurst. Komm hier, Herr Doktor. Doktor, machen Sie auf. Brauche Ihre Hilfe. Ist das so? Korallenklinik, okay. Hallo. Brauche ein Medika-Mensche. Erkältungsmedizin. Gar nicht so teuer. Schon Angst gehabt. Wo haben wir denn den Erkältungsschnaps? Oh, wie Quapo. Wir haben was doch. Zack. Trinken. Ah, okay, wir sind wieder gesund. Die Medizin macht es möglich. Einfach mal was süffeln oder eine Pille einschmeißen und schon ist man der Gesundheit einen Schritt näher als zuvor. Wir gehen wieder nach Hause, denn wir müssen warten, bis 11.40 Uhr vorbei ist, weil eigentlich muss man bis 16 Uhr warten. Denn erst dann ist Selina wieder zur Verfügung. Ich denke, wir werden in der kommenden Folge nochmal in die Mine gehen. Ob in diese Wassermine? Ich denke fast ja, weil der Punkt ist nämlich der. Ihr habt ja gesehen, wie viele Gems man dort bekommt, also wie viele Edelsteine. Und das ist ja auch mit einer der Hauptbestandteile und wenn wir uns überlegen mal, das letzte Mal sind wir mit 5 von diesen roten Granat-Edelsteinen zur Schmuckhändlerin gegangen und haben gerade mal einen Granat rausbekommen und 4 Glasperlen. Das ist dann natürlich schon eine Differenz, die macht es was aus auf lange Sicht, denke ich. Und nur indem wir wirklich halt mehr Rohmaterial anschaffen beziehungsweise mit vorbeibringen, steigen unsere Chancen, dass wir da auch wirklich Erfolg haben. und Edelsteine rausbekommen, logischerweise. Also das ist was, was wir auf jeden Fall angehen müssen. So, dann würde ich mal sagen, machen wir einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich für das Zusehen und sage, ja was sage ich denn, dass ich immer sage, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.